In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, was der Unterschied ist zwischen einer normalen Animation in PowerPoint und den sogenannten Morph-Animationen oder Morph-Übergängen. Dazu legen wir jetzt eine ganz simple Präsentation oder vielmehr Folie an, indem wir sagen, okay, ein Untersitel brauchen wir hierfür jetzt erstmal nicht. Das schmeiße ich raus. Wir schreiben jetzt hier einfach mal Morph-Versus-Animation, ändern dann den Font von unserer Textbox auf sowas wie Berlin. Genau, dann wollen wir vielleicht auch noch den Hintergrund anpassen, indem wir sagen, nehmen wir einfach mal ein dezentes, ein bisschen dunkler, ein dezentes Dunkelblau und dann für unseren Text etwas helleres, dass wir sagen, okay, wir ziehen jetzt erstmal die Textbox in die Mitte, zentrieren sie über das Formformatmenü horizontal und vertikal in der Mitte unserer Folie und ändern dann die Schriftfarbe zu hellgrau oder blaugrau vielmehr. Gut, ich möchte jetzt, dass mein Text hier unten etwas kleiner in die linke Ecke verschoben wird. Also wähle ich zunächst meinen Text aus, also meinen Textelement und kann dann in den Animationen ganz normal die entsprechende Animation hinzufügen. Das kann ich hier machen, indem ich auf Animation hinzufügen klicke oder eine der Animationen direkt auswähle. Und da ich das Ganze verkleinern möchte, wähle ich natürlich unter dem Punkt Hervorhebung vergrößern beziehungsweise verkleinern. Standardmäßig wird unser Text vergrößert, das können wir aber in den Effektoptionen problemlos umkehren. Wir wechseln also auf kleiner und gucken uns an, wie das Ganze in etwa aussieht. Das passt für uns. Wir wollen aber eine weitere Animation hinzufügen. Dazu öffne ich jetzt hier den Animationsbereich, um einfach den Überblick zu behalten. Ich füge eine weitere Animation hinzu und zwar ist das die ganz unten benutzerdefinierte Animationspfade. Wenn ich dann hier einmal klicke, dann bekomme ich diesen Mauszeiger, mit dem ich dann einmal in mein Element klicke und dann festlegen kann, wohin das Ganze verschoben werden soll. Wir machen das jetzt einfach mal sporadisch in die linke untere Ecke. Das Feintuning kommt danach. Also, ich klicke einmal hin, wo das Ganze hin soll, drücke die Escape-Taste und schon sehen wir, wie das Ganze verschoben werden würde. Wir haben jetzt unsere beiden Animationen und können uns das jetzt einfach mal in der Vorschau anzeigen lassen. Es schrumpft erstmal unser Text und wird dann in die linke Ecke verschoben. Das ist für mich jetzt vielleicht noch etwas zu hoch. Dementsprechend, um das Ganze etwas anzupassen, klicke ich einmal auf diesen Punkt hier und verschiebe meinen Text etwas nach unten. So, wir können dann mit der Vorschau nochmal uns das Ganze ansehen und wir sehen, das passt einigermaßen. Für unser Video reicht es auf jeden Fall. Wir wollen jetzt das Ganze mit der Morph-Animation bzw. den Morph-Übergängen replizieren. Dazu mache ich einfach nochmal eine Folie. Ich dupliziere dazu einfach jetzt unsere Folie von eben und anstatt die Effekte hiervon zu benehmen und entferne die beiden Effekte. Das kann ich hier ganz normal im Animationsbereich machen, indem ich einfach die beiden Effekte entferne. Und jetzt kommt schon das Entscheidende, der Unterschied zwischen Morph und Animation. Wir müssen nämlich jetzt unsere Folie noch einmal duplizieren. Also, wir wählen sie wieder aus, STRG D und dann haben wir hier auf unserer zweiten duplizierten Folie unser Element. Das wählen wir aus. Jetzt möchte ich das Ganze einfach etwas kleiner haben. Dazu ziehe ich die Textbox zusammen, passe die Schriftgröße einfach mal auf 28 an und ziehe meine Textbox in etwa an dieselbe Stelle. Nochmal. Das ist jetzt nur, um das ganze Prinzip zu zeigen. Würde ich das für eine richtige Präsentation machen, würde ich mir natürlich sehr viel mehr Mühe geben. Aber wir ziehen es jetzt einfach an die Stelle, an der es sein soll und wählen bei den Übergängen die Option Morphen aus. Und jetzt sehen wir schon, hier an der Übersicht erscheint dieser Stern. Das bedeutet einfach, dass es hier einen Übergang gibt. Wir können jetzt also, wenn wir von unserer einen Folie zur nächsten kommen, uns das Ganze ansehen, indem wir hier nochmal auf die Vorschau klicken und wir sehen, der Text wird automatisch für uns skaliert und verschoben. Wenn wir das Ganze uns bei der ersten Folie anzeigen lassen, mit den Animationen, sehen wir, dass praktisch dasselbe passiert. Hier haben wir jetzt allerdings keine Animation ausgewählt, sondern wirklich nur mit der Morphe-Animation das Ganze mit einem Klick mehr oder weniger gemacht. Wir haben einfach nur unseren Text verkleinert und verschoben. Jetzt könnten wir hier zum Beispiel noch weitere Textelemente hinzufügen, um zu zeigen, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Das sind die Unterschiede. Und wenn wir dann diesen Übergang animieren, sehen wir sofort, es ist überhaupt gar kein Problem. Wir wollen jetzt noch kurz über diese Unterschiede sprechen, indem wir sagen, okay, wir machen eine weitere Morphe-Animation, indem wir sagen, wir duplizieren die dritte Folie und verschieben unseren Text nach oben als Überschrift und sprechen ganz kurz darüber, was mit der Morphe-Animation nicht möglich ist beziehungsweise worauf wir achten müssen. Wenn wir uns den Übergang für die zweite Morphe-Animation ansehen, sehen wir auch hier, das Ganze wird ganz einfach verschoben. Sprechen wir also kurz über die Einschränkungen, die wir bei Morphe-Animationen beachten müssen. Morphe-Animationen sind streng genommen Übergänge. Das bedeutet, sie sind nur zwischen zwei Folien möglich und sie sind nur möglich, wenn ein Element auf beiden Folien existiert und sich entsprechend verändert. Das kann dabei die Größe sein, die Farbe, die Position, egal was. Es muss nur auf beiden Folien existieren, damit PowerPoint das Ganze versteht. Wir müssen außerdem verstehen, dass bei einem Morphe-Übergang die Elemente immer den direkten Pfad nehmen. Das bedeutet, wir können nicht unsere Elemente erst nach links, dann nach rechts und dann schließlich oben ausrichten lassen, sondern wir müssen immer damit leben, dass einfach der kürzeste Pfad genommen wird. Gleichzeitig ist es so, dass die Morphe-Übergänge, egal wie viele wir dann auf einer Folie letztendlich haben, immer zeitgleich passieren. Das heißt, wir haben ja bei der ersten Folie unseren Animationsbereich gesehen, da könnten wir ja die Dauer von den ganzen Animationen problemlos beeinflussen, indem wir die Anzeigedauer eben verlängern, verkürzen, wie auch immer wir möchten. Bei einem Morphe-Übergang ist das nicht möglich. Zusätzlich sind Morphe-Übergänge nur abspielbar in PowerPoint ab 2016. In 2019 ist das gar kein Problem, aber in 2016 kann man sie nur abspielen, nicht selber implementieren. Das sind eigentlich die einzigen Einschränkungen für Morphe-Übergänge. Man kann damit sehr viel machen und wenn da Bedarf ist, kann ich dazu auch noch einige Videos machen, was für coole Folien man mithilfe dieser Animation kinderleicht erstellen kann. Sehen wir uns zum Abschluss also nochmal kurz unseren Unterschied an, indem wir die Präsentation abspielen. Wir haben die normale, klassische Animation, unser Text schrumpft und wird nach unten links verschoben. Dann haben wir die Morph-Animation, in der wir unseren Text automatisch verschieben und gleichzeitig schrumpfen lassen. Das zeigt auch sehr gut, dass eben diese Animationen zeitgleich passieren. Bei den Unterschieden verschieben wir das Ganze nach oben und haben nochmal die Einschränkungen im Blick. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder dir weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Vorschläge für weitere Videos kannst du natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und für den Fall, dass du mehr über Office 365 und im speziellen PowerPoint lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich auch freuen, dich dort wiederzusehen. aus dem Link in der Beschreibung anklicken. Vielen Dank.